Herzlich Willkommen zu einer brandwein Folge von Mikeshoff Wurf hier Mikeshoff Wurf die Morph Wurf mit dem Julian Hello Hello Mit der Ronja Hallo Und mit dem Tops der Schwede Oh Tops du bist gerade rückwärts hier im Stuhl drin Was machst du? Nein Tops Nein Tops das ist nein Aber du hast gesagt man muss sich auf den Stuhl setzen das ist doch richtig Guck mal hier Jetzt habe ich früher eine Schule gemacht genau wie du Ja Sieht sehr gesund aus Leute heute mal wieder hier auf der Map äh Wald hier Ich würde sagen Mikeshoff Wald Aber Mikeshoff Wald Let's go Genau die Map war die einzige Ey das ist so Oh Ich bin nicht scharf Mäh Ja Tester 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 Komm testen Ich bin nicht zum Tester Ich bin nicht zum Tester Ich okkupiere das jetzt Ich bin kein Rolf aber ich sage wir machen ein Statement gegen den Tester 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 T Es gibt drei geheimgänge es gibt aber ich noch nie da war ich noch nie irgendwo ich glaube ich bei dem bei den brunnen irgendwie ist alles hier leer warst du schon bei der eisenkiste ich weiß nicht ob es mir so vorkommt kann es sein dass die märkte treffen ich habe ich das easy warum sind alle kisten leer Wir haben ein Update hier in Wolf, dass jetzt Rüstung in Ups fort unsichtbar sind Wir sind im Fluss Wir haben Spaß im Wasser Jürgen hat einen Diaschwerten Jürgen hat den Ups gehauen Lolli ist jetzt zum Teddy Woher hat er die ganzen Waffen Okay, nachdem ich letzte Sache ausgegangen bin, dass Julian der Wolf ist und den Ups gehauen hat Scheinbar macht das Julian öfter Ja Aua Flughafen Alles klar Flo Ich baue noch 3 Gold, dann habe ich ein gutes Ey aber Tops 3 Gold Schlagstock genau Schlagstock bräuch Flos Haare? Äh Ey Leute, ich habe Flos Haare gefunden Zeig mal, was denn? Aua Hier ist Flos Haare Schlagstock ist ja auch noch Ey aber hier ist nichts Tops, ich baue noch keiner drin die Folge Ja, keine Ahnung Hä? Ja manchmal gibt es auch leere Kästen Nee, 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 nee Ich glaube, wir haben hier einen Geist drin Oh, ok Ja, schon wieder Oh Oh Meine Kisten Ich weiß es nicht. Ich hab alle Kisten geöffnet, die voll waren. Alles andere war leer. Es heißt, dass ihr die ganze Zeit abgeblühtet habt. Ne, ne, das ist das Ding, wir laufen alle zum selben Punkt gleichzeitig. Wir sind Piraten. Warte mal, hier war die Geheimdienung, oder? Ich habe... Okay, nachdem ihr letztens gekürtet habt, nachdem ich den Wolfssucher gekauft habe... Ich hab schon vier Holzschwerter. Ey, der Boden, dass du einen Wolfssucher kaufen kannst mit Geld. Ich krieg nämlich nicht mal Gold oder irgendwas. Ich hab aber richtig viel Gold gehabt. Ich bin jetzt kein Wolfssucher. Habe ich nicht richtig. Ja, wahrscheinlich, weil du der Wolf bist. Ne, ich bin nicht der Wolf. Ronja, sag, ganz tief und klar, ich bin nicht der Wolf. Ich bin nicht der Wolf. Oh, das ist Absicht einer anderen Stimme, gesagt, dann bin ich raus, ob du lügst. Ronja ist der Wolf. Du hast gerade tief, klar. Das war so tief, wie ich komme. Okay. Flo weiß nicht mehr, was er sagt. Ich hab eine neue Kiste gefunden. Ja, ich hab einen Steinschwert steckt im Baum. Das ist so ein Tilt. Ja, ey, wirklich. Alles, was... Alles ist voller Holzschwerter. Was war das gerade? Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Das war ein wütendes Gerirr. Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Ich bin doch blind. Hä? Irgendjemand hat das geaktiviert. Äh, ich... Wo seid ihr denn? Ronja, ich glaub dir... Kein Waffe ist sowas von safe, der Wolf. Aber ich bin voll blind. Ich seh nichts. Ich tippe mal auf Julian. Ich seh nichts. Warte, drei Sekunden. Zwei, eins und jetzt ist es aus. Ja, jetzt ist es aus. Was hat er denn? Warum hast du das getimt? Eisen. Ja, wenn du E drückst, siehst du das. Den Effekt, wie lange das noch geht. Ich hab jetzt endlich meine Eisenkiste gefunden mit richtigen Waffen. Okay, ist ja unten noch was. Der Wolf wird nicht blind, oder? Das heißt, Flo ist nicht der Wolf. Was? Hä? 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 Ja, eben. Aber... Der Wolf wird wirklich nicht blind, ey. Es kann aber sein, weil beim Geisterstein letzte Folge sind wir auch alle blind geworden. Äh, unsichtbar wir nicht. Achso, aber normalerweise, wir hatten geblieben das ja schon mal. Nein! Was hat er denn? Da wurden nur die Leute blind, die nicht dabei waren. Hat jemand von euch... Sorry, dass ich unterbreche, aber hat jemand von euch ein Rubin? Äh... Feine... Ja gut, ein Rubin. Garantiert nicht helfen. Äh, hier... Du, ich geb dir, äh, äh... Steinschwert und Rüstung. Kommt mal zum Tester. Ja, stimmt, kommt zum Tester. Äh, ist er an? Ja? Läschte gehabt. Randomizer! Juni! Ich hab' den... Ich hab' den, ich hab' den hier rausreden. Ich hab' den hier rausreden. Hey, wie habe ichZZ을 was die haben? Achso, ein Neut! Aber nicht nehmen, Juni, weil das ist doch bestimmt nochmal vergriffen. Okay, okay. Okay, Juri ist beim Test auf. Juri gibt noch mal nichts. Wo kriegt... Wieviel kostet denn der Randomizer? Juri ist auch nicht. Okay, Juri ist auch nicht. Ja, juri ist auch nicht. Juri ist auch nicht. Juri wird das herbeischwert! Okay, ich... Juri, ich... Alles. Wolf... Ich fordere dich heraus zu einem offenen Ward on Warden Oh oh, ich weiß nicht Stop, 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 stop Ich bin's nicht Stop, stop, stop Ich weiß, dass du es bist Ich fordere dich heraus Nein Nein Die Hände haben Wieso du fraschst du mich? Ich sehe das mal als Sieg für die Schafe Auf geht's, diesmal jetzt hier ohne Crashes Und ich Nice Emeralds Emerald los Ich bin die Hände Ich bin Rondolf Ich hab Dings, ich hab Gold Ich hab Lederstiefel Ich glaub ich hab die Sounds auf Was sind die Sounds? Was ist die Sounds? Hast du komplett aus? Okay, jetzt hör's Ich will mich nicht die ganze Zeit schreien hören Leute, das ist mobbing Jetzt hörst du das mal, ne? Jetzt hörst du das zum ersten Mal Das hat man vorher gehabt das auch die ganze Zeit Ähm So Ey, habt ihr jetzt Waffen gefunden? Ich find's nämlich jetzt, find ich gerade richtig Ich hab ne Emeraldos Ey, Leute, komm her, hier Ne, 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 ne Nein, 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 ich hab dir ein Item gedroppt Ich hab dir ein Item gedroppt Was hast du mir gesagt? Oh, aggressiver Tobias bei mir, Hilfe! Was hab ich dreimal gefunden? Die Lederstiefel Ah! Ja, ein paar Lederstiefel nehme ich, danke Auf geht's Bei mir ist ein aggressiver Tobias Ein Aggro Oh, hier ist auch einer Ja! 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 Wer ist aggressiver Tobias? Du bist aggressiv Ne, ich bin's nicht! Julien hat's geb ich gespawnt Ey, ich bin Rondolf Ich bin Rondolf Ich bin Rondolf Oh mein Gott! Wow! War das jetzt Ronja oder Tops? Tops oder? Ronja ist jetzt bei mir Ronja ist bei mir Ey, wir müssen mal aggressive Tobiasine machen Keine Ahnung Tobina Ey, wie kann das denn? Ich bin gestürzt! Schon wieder Cool Endopern nice Warum verschwindende Items in meinen Crates trennen? Äh Wieso knackt mich die aggressive Tobias? Okay, wo war hier denn der Aufgang? Nein, der war ja Wasser und ist ja voll verrichtet Frage doch Guck mal, er ist da hinten Wo bist du? Ich bin dort, wo wir gerade eben vorhin waren Ich weiß nicht, wo wir vorhin waren Warte, ich schreie dann Ey, wie passiert das, dass alle Kisten über die ersten auf der Map Alle Und du bist wahrscheinlich einfach nur immer zu Wirklich zu exakt den Wo 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 Wenn Wenn jemand von euch jetzt hier meine Items klaut, dann bin ich sehr böse. Jürgen, da wollte ich hin! Okay, Tops leuchtet. Ist alles schon gelootet. Kann ich jetzt raus? Hä, wirklich? Ja. Los, los, los. Wo ist denn der gegangen? Beim Wolf-Tester. Ja, er ist inaktiv, glaube ich, oder? Oh nein, das war zwart! Die ist aktiv, ist aktiv. Okay, okay. Okay. Sorry, ich habe Ender-Politik. Ich vertraue dir. Wie kann ich denn? Entschuldigen wir zuerst. Warte, wie viel Emeralds hast du? Können wir uns zusammen am Wolf-Tester kaufen? Ich habe noch Ender-Pin. Soll ich mal? Warte, 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 ich mache, okay. Ich habe auch zwei Ender-Pin. Warte, ich mache noch zwei. Ich mache noch zwei Emeralds. Warte, kurz, warte, kurz. Hast du da? Okay, okay, okay. Dann kann ich nur holen. Lol! Warte, ich komme auch! Ich komme auch! Lol! Okay. Wow! Was ist das? Was ist das? Hä? Ich habe den Wolf-Sucher benutzt und er ist auch auf dem XH verschwunden und er zeigt mir einfach nichts an. Ist das gut oder schlecht? Das ist schlecht, oder? Ich glaube, das ist ziemlich schlecht. Ist Epic Loot drinnen auf der Seite. Was ist da drinnen? Wenn du das liest, hast du dich aus der Map gepackt. Lol. Äh. Okay. Oh mein Gott, nein! Du hast dich aus der Map gepackt. Ich glaube er ist der Wolf. Ich glaube auch. Hier ist der Wolf. Ich habe auch ein Dierschwert. Ich habe auch ein Dierschwert. Ich habe eine Heavy Tüte. Ich habe eine Heavy Tüte. Okay, wir sind safe. Warte, warte, warte. Wahrscheinlich ist es heute gar keiner. Weiß denn, es ist der fünfte Mitspieler. Warte, es ist der fünfte Mitspieler. Warte, es ist der fünfte Mitspieler. Ich brauche noch ein bisschen Gold. Ich brauche noch. Äh. Nein, Gold. Kommen wir da jetzt irgendwie hoch? Nein, Gold. Ey, ich öffne gerade. Ey, Julian, komm gleich wieder raus. Ich glaube, es gibt eine Barriere, oder? Äh. Ja, es gibt eine Barriere. Ich habe eine Enderperle, aber... Jetzt hier noch. Ey, ich bin da auch die ganze Zeit nur noch Holz. Warte mal, warte. 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 Ich glaube nicht. Hier ist der andere weg, Flo. Flo, komm mal her. Wirklich? Ja, wo bist du? Was zur Hölle tut ihr da hinten eigentlich? Wo seid ihr? Lässt es einfach sein. Der Wolf wird früh genug das bereichen, dass er sich nicht dafür eingestrengt hat. Und hier gehst du rein, glaube ich. Das stimmt. Nein! Äh. Klassiker. Der Wolf Tester ist aktiv. Der Wolf Tester ist aktiv. Du riechst nach... Kack. Kack. Tobias. Wir können uns hier auch ein bisschen gewählter aussprechen. Kacka. Heute finde ich Lederboots statt Lederhose. Ich habe schon zwei Lederhelme. Boots. 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 Was hast du getan? Ich hätte dich nicht angelegt. Nein, nein, nein! Ronja, 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 du hast mich gerade getötet. Ronja, geh auf mich an, Ronja! Ich hab dich nicht getötet! Das Holzschwert, das unterschätzt du. Das ist mir bei Jojan auch passiert. Da hab ich gedacht, ich... Ich hab nicht los, gell. Ja, okay, man ist voll im Rausch. Man kann nicht aufhören. Oh! Oh! Man denkt sich nichts böses, gell? Irina, hast du Gold? Ja, ich hab... wieviel brauchst du? Keine Ahnung, gib mir 7. So nicht, dies ist leer. Ich werde schon wieder stürzen. Tobias! Tobias kann dir nicht antworten, er ist im Land der Tosen. Ey, ich werd angegriffen! Oh, danke! I appreciate it! Danke für deine Beihilfe! Das war meine Intention. Lass mal wieder mit Leber kochen. Tobias! Ah, ich bin trotzdem gestürzt! Tobias, wenn du jetzt nicht antwortest, dann stinkt so. Ich wende mich nun an das Reich der Toten und beschwöre Tobias! Ich hab meinen ersten Schert. Zofs? Hauptreise AFK! Hallo! Danke, Ronja! Ich find das sehr schön, wie du mich getötet hast. Danke! Oh! Ja, das war irgendwie... Oh! Oh mein Gott! Tobias hat mir einfach das komplette Gold wegnommen! Wie steht's? Schau mal her! Komm mal! Tops soll ich sagen? Tops soll ich sagen? Ich sag, Tops ist der Goldfall. Tops ist der Gold? Oh! 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 Leute, legt euch nicht mit meinem Steinschwert an! Ich warte, bis der erste reinläuft in ihr Schwert! Ich werd jetzt vorsichtig! Ich werd jetzt vorsichtig! Ich werd jetzt vorsichtig! Ich werd jetzt vorsichtig! Ich schlag euch! Zurück! Ich schlag euch! Ich schlag euch! Ich schlag euch! Zurück! Ronja ist gestört, sie liegt am Boden! Ronja boxt sich erst mal! Weil du probierst hier aufzuhelfen! Ok! Ich werd Ronja nicht verschlagen! Ich werd hier aufzuhelfen! Ja! Dann muss er verschlagen! Ja besser ist es ne? Fluss unten beim Dingensens! Er habt ihr eure Lektion gemerkt! Fluss afka! Ah! Alles klar! Ich glaub Flo hat sich was beim Wolf Shop geholt! Nice! Oh mein Gott! Lass auf jeden Fall! Lass auf jeden Fall! Äh! Was macht ihr? Mach dich auf! Mach dich auf! Ich hab dich! Wo seid ihr? 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 Wer ist jetzt tot? Warte! Was? Was ist passiert? War irgendwo der Dings oder wie? Der Tobias der Wütende? Ich hab jetzt 300 Kuh versteckt da oben gefunden! Und... Biestmaut! Oh! Nicht so Biestmaut! Das sieht man ausständig! Wo ist nämlich ne Ersenschest um? Ja! Da wird da... Ich glaub ich... Ich glaub ich weiß was du meinst und ich glaub ich bin da auch runtergefallen! So! Warte mal! Äh... Sag mal... Flo tot ist so als ob er jetzt tot ist aber ist er nicht! Das heißt sobald wir Flo sehen töten wir! Das ist klar Jürgen! Das ist klar Jürgen! Was wenn beide tot sind? Hä? Aber du darfst ja reden! Hä? Wir sind jetzt nur Tops an der... Achso! Vielleicht hat sich... Vielleicht hat sich... Tops gemütet oder so oder... Einer von beiden ist wahrscheinlich tot! Der andere ist wahrscheinlich... Wir sind irgendwie in der Dings Wand gestorben einer zumindest! Tops hat auch irgendwie gesagt... Mach die Tür ab! Achso! Ja genau! Okay ich sag Tops ist gestorben und Flo ist der Mörder! Und falls wir Flo sehen töten wir ihn! Alles klar? Okay! Guter Plan! Äh... Ich habe... Ich habe... Äh... Ich habe... Äh... Ich hab bald nur Weapon Case! Ich brauch nur noch 3 Gold! Dann kann ich auch ne richtige Waffe haben und nicht nur ein Holzschwert äh... Steinschwert hab ich immerhin! Äh... Ich hab ne Heavy... Duty... Was ist Heavy Duty? Ich hab grad 13... Rubies in einer Chess gefunden! Holy! Das ist insane! Oh Mist! Ich versuch hier grad den Geheimgang zu gehen aber du kriegst nicht ganz hin! Oh... Hoppala! Ich falle! Dun 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 dun! Oh hier war schon jemand! Na toll! Ist alles schon gelootet! Ich fahr jetzt wo ich Flo! Das ist enttäuscht! Ich hab... Ich kämpft! Okay! Au! Au! Nein! 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 Mir passiert das gleiche wie Tops! Ich weiß genau was hier passiert! Äh... Ich leide mit dir! Nein! Äh... Easy! Ich hab keine Arzigen gekillt! Ey! 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 Nein! Nö! Ne 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 ne! Oberflest Du ichAR! Ja, verstehe shí! Schnemmere nicht rausgehen! Ich bin eh aber schon dabei geh... Die Map hat zu wenige Kisten! und dann haben wir das dazugebauten und jetzt habe ich das vor dem Ausgang. Ich bin aber von berg ran, dafür haben wir euch so damaged. So, das war's fürs Video, lasst ein Like, ein Abo da und tschau!